Hi, willkommen bei Stagiki, mein Name ist Dennis Matthias. Heute habe ich dir Tiny Epic Tactics mitgebracht. Im Prinzip ist das Final Fantasy Tactics als Brettspiel, falls ihr das Computerspiel was sagt, ist ein Strategiespiel für 1-4 Spieler mit einer Spieldauer von 30-60 Minuten. Altersangabe 14+, das Spiel kommt mit 5 verschiedenen Spielmodi, 3 Multiplayer-Spielvarianten, eine Solitär-Variante und im Prinzip eine 2-Spieler-Variante des Solitär-Modus. Die spielen sich auch wirklich extrem unterschiedlich, insbesondere die Multiplayer-Spiele und der Solitär-Modus. Wir werden uns jetzt gleich im Video primär ein Multiplayer-Spiel angucken und im Anschluss auch noch einmal den Solitär-Modus. Dann würde ich sagen, legen wir los. So, wir haben wirklich jetzt hier schon einmal ein Multiplayer-Spiel aufgebaut. In dem Spiel geht es darum, dass wir hier drei verschiedene Bereiche haben mit Flaggen und wir müssen diese Bereiche unter unsere Kontrolle bringen. Wir bekommen Siegpunkte dafür, wenn wir eine dieser Flanken erreichen. Wie wir das erzielen, das erkläre ich dir gleich. Wenn wir einen Charakter des Gegners ausschalten, bekommen wir das für zwei Siegpunkte. Und wenn wir am Ende des Spiels einen Charakter in einem der Dörfer haben, bekommen wir dafür ebenfalls einen Siegpunkt. Jeder Spieler hat in Tiny Epic Tactics vier verschiedene Charaktere einer unterschiedlichen Klasse. Es gibt den Krieger, es gibt einen Schurken, es gibt eine Bestie und es gibt einen Zauberer. Für jede Charakterklasse bekommt ein Charakter zufällig eine dieser Charakterkarten ausgeteilt, sodass jeder Spieler im Prinzip auch eine unterschiedliche Gruppe spielt. In seiner Runde hat ein Spieler drei Aktionen zur Verfügung, die er beliebig unter den Charakteren verteilen kann. Er kann sich bewegen, er kann im Nahkampf angreifen, im Fernkampf angreifen oder Zauber wirken. Dabei darf regulär jeder Charakter nur eine Aktion ausführen. Möchte er eine zweite Aktion ausführen, bekommt er dafür einen von diesen Erschöpftmarkern, die dann hier auf diese Karte gelegt werden. Was das für Auswirkungen hat, erkläre ich gleich. Ein Charakter darf aber auf keinen Fall eine zweite Aktion der gleichen Art ausführen. Also er darf sich nicht zweimal bewegen oder zweimal angreifen beispielsweise. Schauen wir uns einmal die Aktionsmöglichkeiten an, die wir denn haben. Vielleicht hier auf Grundlage der Karte von Red Ghost. Red Ghost hat eine Bewegung von vier. Das heißt, wenn ich eine Bewegungsaktion mit ihm ausführe, darf ich mich vier Felder bewegen. Und zwar immer nur in gerader Linie, also nicht diagonal. Ich kann einen Nahkampfangriff ausführen. Ich mache einen festen Schadenswert von zwei Punkten und habe die Möglichkeit, den Gegner noch mit einem Würfel zurückzuschlagen. Wie das geht, zeige ich gleich. Wir haben die Möglichkeit, im Fernkampf anzugreifen. Wir machen einen Schaden, haben eine Reichweite von vier und müssen mit zwei Würfeln würfeln, ob wir gegebenenfalls zusätzliche Munition verlieren. Das ist hier auch schon ein kleines Problem bei dem Spiel, dass hier oben im Prinzip eine höhere Anzahl der Würfel einen positiven Effekt hat und hier hat eine höhere Anzahl der Würfel einen negativen Effekt. Das hätte man durchaus auch anders lösen oder anders darstellen können. Und jeder Charakter hat letztendlich auch eigene Fähigkeiten. Red Ghost hat die Möglichkeit, mit seinem Nahkampf und seinem Fernkampf Gegner zu schwächen. Da sind wir gerade schon drauf zu sprechen gekommen, dass man geschwächt wird, wenn man eine zweite Aktion mit einem Charakter ausführt. Und er kann das mit seiner Attacke auch bei einem anderen Gegner verursachen. Und er hat noch die Blutlust, bevor er die Fähigkeit Gift anwendet. Wenn das Ziel bereits schon geschwächt ist, verursacht er einen Schaden mehr. Das hier ist die Munition, die Red Ghost hat. Das sind seine Lebenspunkte. Okay, schauen wir uns das mal anhand eines Beispiels an. Nehmen wir einfach mal Red Ghost und gehen wir davon aus, er würde jetzt gegen einen gegnerischen Charakter kämpfen. So könnten wir, wie gesagt, jetzt zwei Punkte Schaden im Nahkampf machen. Der gegnerische Charakter, gehen wir einfach jetzt mal davon aus, dieser hier würde zwei Schadenspunkte bekommen. Wir könnten uns dann entscheiden, das ist optional, eben den Gegner zurückzuschlagen. Wir würfeln dann und hätten wir dieses Symbol gewürfelt, würde der Charakter einfällt, zurückgeschleudert werden. Das kann dann auch positive Effekte für den Angreifer haben, wenn wir den Gegner zum Beispiel in ein Gelände schubsen mit einem Malus. Ich komme auf das Gelände gleich noch zu sprechen. Oder wir können Gegner eben auch hier von so einem Gelände runterstoßen. Dann erleiden sie auch nochmal zusätzlichen Schaden. Ein Fernkampf funktioniert eigentlich ähnlich. Wir müssen nur schauen, dass wir in Reichweite sind. Wir verursachen einen festen Wert an Schaden und müssen dann anschließend mit den Würfeln würfeln, ob wir zusätzliche Munition verbrauchen. Für jeden Fernkampfangriff müssen wir ohnehin eine Munition bezahlen. Hätten wir dann hier noch die zerbrochenen Pfeile gewürfelt, beispielsweise jetzt noch zwei zerbrochene Pfeile, hätten wir zwei zusätzliche Munition ausgeben müssen. Zaubern funktioniert eigentlich genauso wie der Fernkampf. Wir müssen uns in Reichweite befinden, haben dann aber noch die Option, zusätzliches Mana auszugeben. Das kann unterschiedlichste Effekte haben bei einem Zauber. Bei ihr verursachen wir dann zum Beispiel zusätzlichen Schaden und würden auch auf Grundlage des verursachten Schadens selbst Leben heilen. Für jedes Mana, was wir zusätzlich ausgeben, eins müssen wir ausgeben für den Zauber. Wir können ein bis drei optional ausgeben. Wir können es zum Beispiel zwei ausgeben, könnten zweimal würfeln, hätten jetzt noch zwei Mana-Symbole, würden also zwei Punkte Schaden mehr machen. Okay, schauen wir uns einmal das Gelände an. Wir haben beispielsweise den Wald. Befindet man sich im Wald, bekommt man immer einen Schaden weniger. Ein Wasserfeld kostet einen Bewegungspunkt mehr, um es zu betreten. Und man erleidet immer einen Schadenspunkt mehr, wenn man sich im Wasser befindet, weil man sich eben nicht so gut bewegen kann. Wir haben die Städte. Betritt man in seiner Bewegung eine Stadt oder beendet seine Bewegung darin, dann bekommt man vier Lebenspunkte zurück und man füllt sämtliche Munition und sämtliches Mana wieder komplett auf. Wir haben hier diese Portale. Es kostet einfach einen Bewegungspunkt, so ein Portal zu betreten. Und man kann dann durch irgendein beliebiges Portal, die werden hier auch nochmal mit diesen Pfeilen gekennzeichnet, das Spielfeld wieder betreten. Also beispielsweise könnten wir hier dieses Portal betreten und an dieser Stelle wieder rauskommen. Dadurch sind wir natürlich jetzt auch sehr, sehr mobil, was die Karte betrifft. Hier oben haben wir noch einen Gipfel. Das kostet einen zusätzlichen Bewegungspunkt, um diesen zu betreten. Stehe ich hier auf diesem Gipfel, habe ich praktisch unendliche Reichweite. Ich kann also jeden Charakter auf dem Feld treffen. Zu guter Letzt haben wir hier noch die Ballista. Befinde ich mich hier in der Ballista. Das kostet einen zusätzlichen Bewegungspunkt, diesen Turm hier zu betreten. Kann ich in Reichweite 4 einen beliebigen Charakter angreifen, verursache einen Schaden und kann ihn ein Feld in eine beliebige Richtung schieben. Bei einem Angriff haben wir auch immer die Möglichkeit eines Counter-Angriffs. Also, wenn wir jetzt beispielsweise mit unserem Fernkämpfer hier den gegnerischen Krieger angreifen und er befindet sich im Nahkampf, hat er die Möglichkeit, wenn wir ihn nicht zurückstoßen, ebenfalls einen Nahkampfangriff auszuführen. Wir würden den vollen Schaden bekommen und würden im Prinzip einen vollwertigen Angriff ebenfalls erleiden. Die Chance, zu so einem Gegenangriff auszuweichen, haben wir eben, indem wir jetzt beispielsweise hier zwei Nahkämpfer hätten. Wir würden den roten Spieler angreifen und würden ihn dann wegstoßen. Er hätte eben keine Möglichkeit, zurückanzugreifen. Wenn sich Fernkämpfer bekämpfen oder Magier, gibt es eigentlich immer die Möglichkeit, zurückanzugreifen. Es sei denn, sie haben eine geringere Reichweite als man selbst. So, letztendlich geht es ja darum, dass wir hier diese Positionsfelder halten müssen. Sobald wir ein Feld betreten mit einer größeren Flagge und wir dann am Ende der Runde die Mehrheit bei diesen farbigen Feldern dieser entsprechenden Flagge halten, so wird diese Flagge auf das erste Feld geschoben. Fortan wird jetzt am Anfang jeder meiner Runden geprüft, ob ich die Mehrheit in diesem entsprechenden Feld dieser Flagge habe. Falls ja, geht diese Flagge ein Feld weiter. Noch bringt mir das keine Punkte, sondern erst hier in dem dritten Schritt, wenn die Flagge noch einmal über eine Mehrheit kontrolliert wird, gibt es fünf Punkte. Das ist aber nicht abhängig von dem Spieler. Wenn ich jetzt also beispielsweise in der zweiten Runde hier vertrieben werde und der rote Spieler wird jetzt hier die Mehrheit erhalten, geht die Flagge ein weiter und der rote Spieler würde die Flagge bekommen, selbst wenn ich die ersten zwei Runden dafür gesorgt habe, dass diese Flagge hier den Fortschritt hat. So geht das Spiel dann letztendlich weiter, bis alle drei Flaggen erobert wurden oder aber bis ein Spieler keine Charaktere mehr übrig hat, dann ist das Spiel ebenfalls beendet. Siegpunkte gibt es, wie gesagt, fünf für jede Flagge, die ich in meinem Besitz habe, zwei Siegpunkte für jeden ausgeschalteten Gegner und ein Siegpunkt am Ende des Spiels, wenn ich mich mit einem Charakter in einem dieser Dörfer befinde. Schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz die Solo-Variante an. Ich möchte jetzt hier nicht im Detail auf die Regeln eingehen, sondern nur das generelle Konzept einmal vorstellen. Wir haben ja eben schon diese Portale hier vorgestellt im Multiplayer-Spiel. Im Solo-Spiel würden wir jetzt hier dieses Feld umdrehen und würden hiermit im Prinzip den Dungeon betreten, den wir dann letztendlich durchqueren müssen. Worum es nämlich in der Variante geht, wir müssen in jedem Dungeon einen dieser Edelsteine für uns gewinnen. Es gibt insgesamt sechs Edelsteine und wenn wir alle sechs Edelsteine in einer gewissen Zeit gesammelt haben, hier ist ein Time-Tracker, haben wir das Spiel gewonnen. Wenn wir den Dungeon betreten, das tun wir hier bei diesem Feld, haben wir verschiedene Hindernisse, die wir durchschreiten müssen. Hier müssten wir ein Monster bekämpfen und wenn wir dieses Feld betreten, bekommen wir entsprechend den Edelstein dieses Dungeons. Das wäre dann dieser. Dieser gibt uns dann auch einen zusätzlichen Effekt während des Spiels. Diese Felder sind einmalige Hindernisse, die wir durchschreiten müssen. Wie gesagt, hier müssen wir ein Monster bekämpfen. Klingt spannend, ist es aber eigentlich nicht, denn wir ziehen im Prinzip so eine Karte, die uns dann einmal sagt, man muss zwei Schaden nehmen. Wenn wir einen Charakter haben mit mindestens Angriff, Schaden von drei, nehmen wir nur einen Schaden und so weiter und so fort. So, kleines Problem hier schon mal gezeigt, wenn wir diesen Dungeon hier betreten, sehen wir im Prinzip auch die Felder gar nicht. Das heißt, wir müssen hier auch die Dungeon-Teils immer wieder bewegen, um zu schauen, was kommt denn als nächstes auf uns zu. Wir haben uns auch so ein Dungeon beispielsweise nochmal an. Wir betreten hier den Dungeon, haben hier jetzt eigentlich auch nur die Wahl zwischen diesen beiden Feldern. Das darf ohnehin nur ein Magier betreten, muss dafür zwei Mana ausgeben und hat dann im Prinzip dieses Hindernis beschritten. Oder wir müssen eben halt eine dieser Monster-Karten ziehen. Danach würden wir jetzt den Edelstein für uns gewinnen. Befinden sich auf einem Gebäude gegnerische Figuren oder auch eigene Figuren, so darf ich so einen Dungeon nicht betreten. Das heißt, ich muss, wenn ich den Dungeon betreten möchte, erst diese Gegner hier, die halt durch KI gesteuert sind, vertreiben, entweder runterstoßen oder besiegen. Wenn ich eigene Charaktere hier drauf habe, muss ich mich erst drunter bewegen. Damit ich denn diesen Dungeon letztendlich betreten darf. Ist natürlich dem geschuldet, was ansonsten passieren sollte mit den Figuren da drauf. Fühlt sich hier an der Stelle aber sehr konstruiert an. Macht einfach thematisch keinen Sinn. Dann können wir zuletzt vielleicht noch einmal die Map-Expansion angucken. Damit hat man im Prinzip noch weitere Spielflächen. Das Problem an der Sache ist aber, diese sind hier in dieser Form geknickt. Das heißt, wenn ich jetzt die Gebäude aufstellen möchte, müsste ich die hier so erst einmal in Form bringen. Und sie spannen sich immer wieder auf und sind dadurch eigentlich nicht wirklich zu gebrauchen. Also die Qualität der Map-Expansion, da komme ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen, lässt arg zu wünschen übrig und ist deswegen eigentlich nicht wirklich zu verwenden. So, das ist Tiny Epic Tactics. Ich hoffe, wir konnten dir damit einen guten Regelüberblick geben. Kommen wir zuerst auf, die Pros zu sprechen. Sehr schön ist wirklich, dass das Spiel mit fünf sehr unterschiedlichen Spielmodi kommt. Das heißt, man bekommt unheimlich viel für sein Geld in dieser Box. Kann dann selbst entscheiden, welche dieser Spielvarianten man spielen möchte. Auch die Solo-Variante spielt sich komplett anders als die Multiplayer-Variante. Also hier werden jetzt nicht nur, ich sag jetzt mal, leichte Abwandlungen eines Spielmodis als fünf Spielmodi verkauft. Die sind wirklich komplett unterschiedlich. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Toll ist auch das 3D-Gelände, was eben halt auch diesen Flair einfängt. Von alten Gameboy-Spielen, Final Fantasy Tactics etc. Mit diesem blockartigen Aufbau, wo man die verschiedenen Ebenen hochgeht. Das fängt den Flair sehr, sehr gut ein. Wird auch noch mal unterstützt von den Illustrationen auf den Karten. Das ist wirklich schön. Das Storage ist sehr gut gelöst in der Box. Das heißt, das ganze Gelände, alle Inhalte passen hier auch wirklich hervorragend in diese kleine Box rein. Dann kommen wir aber leider auch schon zu den Nachteilen des Spiels. Und das ist nicht zuletzt die Produktionsqualität. Die ist leider an manchen Stellen sehr, sehr schlecht. Diese Spielmatte beispielsweise, die ist nicht sehr praktikabel. Einfach, sie lässt sich nicht gerade auf den Tisch legen. Sieht a. nicht so neulich hübsch aus. b. ist es auch nicht sehr praktikabel. Was gerade an den Ecken schon mal Wellen wirft, hat man schon mal Probleme, um mir die Figuren auch drauf zu platzieren. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man dann wirklich auf ein klassisches Brett zurückgegriffen hätte. Die Holzmarker, so schön es ist, dass das Spiel auch wirklich mit Holz kommt, die sind stellenweise sehr, sehr klein. Also ich habe eigentlich schon sehr schlanke und agile Finger. Ich habe eigentlich auch Probleme gehabt, diese Holzmarker manchmal zu greifen, habe manchmal zwei, drei Versuche gebraucht. Die flutschten mir dann durch die Finger. Und man hat hier wirklich sehr viele von diesen kleinen Holzmarkern auf den Karten liegen. Man kommt dann einmal mit dem Ellenbogen an diese Karten ran, alles verrutscht. Und man muss wirklich dann rekonstruieren, oh Moment, der Charakter, wie viel Leben hatte der nochmal? Wie viel Munition hatte der? Das ist wirklich leicht passiert. Das 3D-Gelände, so schön es ist, hat auch seine Tücken. Also insbesondere von der Map-Expansion die Qualität sehr zu wünschen übrig. Dadurch, dass es halt so gefaltet ist. Und wenn ich das Gelände aufbaue, spannt sich das immer wieder auf. Es steht eigentlich nicht gerade, ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Aber auch das Gelände des Basissets, so gut hier die Produktionsqualität ist, ist nicht sehr praktikal, insbesondere der Solo-Variante. Wenn ich eben halt die Räume umdrehen muss, gerade bei diesem länglichen Dungeon-Teil, kann ich die Felder unten nicht sehen. Durch die Wände. Das heißt, ich muss dieses Teil immer wieder in die Hand nehmen, muss gucken, welches Feld kam nochmal als nächstes. Ja, und dieser eigentlich versprochene Dungeon-Crawler-Flair, den ich hier sehr, sehr schön fand, der kommt einfach nicht auf. Einfach, ja, beim Dungeon-Crawling kommt es ja eigentlich auch darauf an, dass ich so einen Dungeon erkunde, Monster bekämpfe und hier wirklich mich auch frei bewegen kann. Im Endeffekt sind diese Dungeons nur Zeitfelder, die abgelaufen werden müssen. Und ich habe hier maximal die Wahl, ob ich mich Hindernis A oder Hindernis B stellen möchte. Das war es dann an der Stelle aber leider auch. Was ansonsten auch noch problematisch ist in der Solo-Variante, das ist dieser sehr, sehr extreme Management-Aspekt. Das heißt, ich muss sehr viel hier auch regeln, was sehr zeitintensiv ist, bei eigentlich wenig Spielentscheidung, die ich denn treffen kann. Kommen wir auf die Multiplayer-Variante zu sprechen. Hier haben wir ein ähnliches Problem. Es ist sehr schwerfällig. Einfach dadurch, dass ich auch mit den Charakteren leider nur drei Aktionen zur Verfügung habe. Insbesondere, dass ich auch noch die Einschränkung habe, dass ich jeden Charakter eigentlich nur einmal aktivieren kann. Und wenn ich ein zweites Mal aktiviere, dann auch schon den Schwächungsmarker bekomme. Und ich habe, wie gesagt, in meiner Runde wenig Entscheidungsmöglichkeiten. Und insbesondere bei einem Spiel mit mehreren Spielern, wenn ich nach drei Aktionen die Runde abgeben muss und drei andere Spieler nach mir an der Reihe sind, bin ich denen eigentlich hilflos ausgesetzt, ohne dass ich dann in meinen Runden eigentlich großartig darauf reagieren kann. Wenn ich sehr stark geschwächt von meinen Gegnern, dann sehe ich mich dann auch gezwungen, hier eventuell wichtige Positionen aufzugeben, weil ich zurück ins Dorf muss, um mich zu heilen, um Munition wieder zu bekommen und so weiter und so fort. Wo wir jetzt gerade schon bei den Positionen waren, das Halten der Flaggen ist gerade am Anfang auch sehr undankbar. Einfach aus dem Grund, ich halte die Position, muss gegebenenfalls sehr viel einstecken, um halt den Fortschritt voranzutreiben, bekomme aber letztendlich dafür nichts. Denn ich kann die Flagge meinetwegen jetzt zwei Runden lang halten, werde dann von dieser Position vertrieben, ein anderer Spieler nimmt in der dritten Runde die Mehrheit und gewinnt damit die Flagge. Das ist also ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht, was hier dieses Capture-the-Flag-Prinzip angeht. Und ja, auch die Counter-Angriffe sind ein Problem. Also wenn ich jetzt hier einen Gegner schon angreife und jetzt gerade nicht im Nahkampf vielleicht an anderen Nahkämpfer dann zurückschlage, sodass er eben halt keinen Counter-Angriff starten kann und ich zum Beispiel einen Fernkampf-Angriff starte oder zaubere und dann ohnehin riskiere, dass ich mit gleicher Kraft im Prinzip zurückangegriffen werde, bringt mir das eigentlich nicht sonderlich viel. Dann, ja, wie gesagt, haben wir das Problem auch des Punktens. Und wenn man dann, wie gesagt, auch schon von solchen Positionen vertrieben wird, ein schwacher Spieler hat sehr, sehr, ja, große Schwierigkeiten, noch wieder zurück ins Spiel zu kommen. Also wenn man ins Hintertreffen gerät bei diesem Spiel, hat man kaum die Möglichkeit, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Insbesondere, wenn man dann zum Beispiel auch nur zwei Charaktere hat, weil die anderen beiden schon ausgeschaltet wurden. Mein anderer Spieler, gerade in so einer Zweispieler-Variante ist das auch extrem, hat vielleicht noch vier Charaktere, habe ich gar keine Chancen mehr. Nicht nur wegen der Kampfstärke, die mir fehlt, auch weil ich einfach auch nicht die Möglichkeit habe, mit zwei Charakteren die ganzen Positionen zu halten von den Flaggen. Ja, also letztendlich muss man deswegen sagen, Tiny Epic Tactics, viel Potenzial, aber leider sehr, sehr schlecht umgesetzt. Und so mit diesen Varianten, die wir jetzt gerade eben gesehen haben, deswegen leider nur vier von zehn Punkten. Ich hoffe, dir hat die Spielerezension trotzdem gefallen und auch geholfen. Falls ja, lass gerne ein Like da, dafür wird jedes Mal ein Gegner von dir bezwungen. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kontaktiere uns gerne oder besuche auch unsere Webseite, da haben wir alle möglichen Spielbegriffe nochmal für dich erläutert. Danke dir fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, bis dahin. Stay geeky, ciao. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.